Auch in den ersten beiden Ligaspielen der Saison war Podolski mit Kobe ohne Sieg geblieben. Im Liga-Pokal liegt Kobe nach dem 2 zu 2 in der Gruppenphase auf dem dritten Platz der Vierergruppe D. Nächster Gegner des derzeitigen Tabellen 15 der J-League ist Sagan Tosu. Video Sommer über HSV und Köln. Tradition ist manchmal kontraproduktiv.